Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, Robins Finanzwelt. Heute habe ich wieder ein Update zur Palantir Aktie für euch dabei. Ich gehe kurz und knapp auf die wichtigsten Infos ein und dann schauen wir uns einfach hier die Aktie und das Unternehmen nochmal zusammen an. Und wenn euch mal wieder mein Kanal gefällt, dann lasst doch jetzt gerne einen Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und natürlich, um mich kostenlos zu unterstützen, würde mich mega freuen an dieser Stelle. Ich würde sagen, wir starten jetzt hier direkt und zwar eben, was hier aktuell los ist. Und sie wollen jetzt hier ganz klar im Kryptomarkt mitmischen. Das Interesse an sich von Palantir kommt auch nicht von ungefähr, weil Firmengründer Peter Thiel gilt natürlich als ausgesprochener Kryptobulle. Also der ist hier sehr, sehr oder macht sich sehr, sehr stark dafür. Man unternimmt jetzt hier einfach Schritte auf dem Kryptomarkt. Die Farnry Software soll auch das Wachstum vorantreiben. Und auch Bitcoins werden hier in die Bilanz geholt. Ja, für Palantir ist der Kryptomarkt ja einfach ein Zukunftsumfeld, muss man ganz klar sagen. Mit einem eigenen Produkt will Palantir jetzt eben die Nachfrage von Kryptounternehmen bedienen. Und das finde ich ein sehr, sehr spannendes Themenfeld. Farnry for Crypto als Geschäftstreiber, so nennt das hier jetzt eben Palantir. Also die Software unter dem Namen Farnry soll eben zu einem der Wachstumsfelder hier von Palantir werden. Und die Plattform soll insbesondere durch Geschäftskunden weiter angetrieben werden. So zumindest hier die Hoffnung von Palantir. Und im Rahmen der jüngsten Bilanzvorlage hat man hier auch die Ambition in dem Segment ganz, ganz deutlich gemacht. Die neue Kryptosoftware wird ein massiver Beschleuniger für Kryptounternehmen sein. So hat es hier der Firmenmanager selber gesagt. Das heißt, man bietet hier einfach Softwarelösungen für die Kryptounternehmen selber. Ich sage jetzt mal wie Coinbase und Co. Und man will mit Farnry for Crypto industrialisierte Compliance-Lösungen eben anbieten in dem Bereich. Dabei nutzt man die eigene Expertise im Bereich der Geldwäsche-Bekämpfung und Know-Your-Customer für potenzielle Krypto-exponierte Kunden eben. Und genau so will hier wie gesagt Palantir weitermachen. Das Kerngeschäft an sich enttäuscht noch ein bisschen. Ein Blick in die Bilanz jetzt im dritten Quartal macht eben deutlich, wie wichtig die Kryptopläne und auch das Wachstum für Palantir daraus dann sind. Auch wenn der natürliche Palantir mit einem Umsatzsprung von 36% auf insgesamt 392 Millionen US-Dollar die Markterwartungen übertroffen hat, zeigt man es, wenn man es sich genauer betrachtet, dass Geschäfte mit Regierungskunden weniger stark gewachsen ist als erhofft. Aber wie gesagt, man darf auch nicht vergessen, sie wollen den Privatsektor ja auch weiter ausbauen und hier auch den Geschäftssektor im Kryptobereich. Und es ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen gewollt, einfach von den Regierungskreisen ein Stückchen zurückzufahren und dieses private oder Geschäftssegment weiter auszubauen. Das mal so, wie gesagt, hier einfach die Aussichten. Natürlich hat man hier ambitionierte Wachstumspläne, ihr wisst es. Man hat ungeachtet dessen ein sehr ambitioniertes Wachstumsziel, was ich gut finde zwischen 2021 und 2025. Also so in den nächsten drei bis vier Jahren will Palantir die Erlöse pro Jahr um mindestens 30% eben steigern, was sehr, sehr stark ist. Dabei setzt man eben neben dem Regierungs- und Geschäftskundensegment auf das Kryptogeschäft jetzt ganz neu. Also man hat jetzt eigentlich drei Segmente, Geschäftskunden, Regierungskunden und das Kryptogeschäft. Maßgeblicher Treiber dürfte natürlich hier der Firmengründer selber Peter Thiel sein, der eben, wie schon gesagt, als Kryptobulle auch gilt. Und als größter Anteilseigner hier von Palantir dürfte er auch maßgeblich zum Fokus auf das Kryptosegment beigetragen haben. Erst im Mai hatte Thiel gemeinsam mit Partnern den Kryptohandelsplatz Bullish Global auch gegründet. Und auch jüngst natürlich die hohen Preise von Bitcoin und Co. Als Hinweis auf so zunehmende Inflationssorgen, die wir momentan haben, bei knapp 5% eben auch gesehen. Und wie gesagt, er ist hier einfach am Markt aktiv. Deswegen für mich sehr, sehr spannend. Das war für mich jetzt auch wichtig für euch zum Zeigen und einfach zu schauen, was hier Palantir aktuell leistet, beziehungsweise was Palantir hier aktuell macht. Und wir schauen uns natürlich jetzt auch wieder, wie gewohnt, die Aktie an hier zu Palantir. Leider ist es wieder ein bisschen abwärts gegangen. Wir sehen es, wir haben hier einen Kurs von 16,92 Euro, minus 2% am Freitag hier am letzten Handelstag. Wir stehen weiterhin unter der 50-Tage-Linie und unter der 200-Tage-Linie. Das absolute Jahrestieflag ist bei 14,90. Da kommen wir noch nicht ganz ran. Wird aber so den nächsten Boden bilden in dem Bereich. Diesen Kurs sollte man nicht unterschreiten. Sonst kann es nochmal weitere Abgaben geben. Ja, aber langfristig für mich sehen die Aussichten sehr, sehr stark aus. Auch aufgrund, wie gesagt, des Einstiegs im Kryptomarkt, glaube ich. Das wird immer spannender, beziehungsweise einfach neue Geschäftsfelder, die hier angeboten werden. Und für mich ist Big Data weiter ein Thema für die Zukunft. Und schreibt mir jetzt gerne unten in die Kommentare, was ihr zu Palantir meint, was ihr jetzt auch zu der Krypto-Sache sagt. Und ob ihr Palantir in eurem Depot habt, ob ihr es ausbauen wollt und was ihr hier grundsätzlich dazu sagt. Ja, und dann würde mich wie immer interessieren, welche Aktien interessieren euch. Schreibt mir auch das gerne unten in die Kommentare rein. Würde mich brennend interessieren. Ja, und das war es jetzt soweit von meiner Seite. Und wenn euch mein Video in meinem Kanal gefallen hat, dann lasst doch jetzt gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und um mich kostenlos zu unterstützen, würde mich mega freuen an dieser Stelle. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Ich freue mich aufs nächste Video. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.